Signum Saxophon Hallo an alle, wir sind Signum Saxophon Quartet, das bedeutet vier Zupan. Wir haben unglaublich viel Potenzial, wir können uns alles nehmen, was wir wollen. Wir können unterschiedliche Effekte produzieren. Auf der Bühne als Signum, da hat jeder seine eigene Stimme. Sopran, Alt, Tenor und Bariton und Saxophon ergeben ein ganzes zusammen. Seit 2006 sind wir eine große Familie, vier Männer, die zusammen Musik machen. Sopran, Alt, Tenor und Bariton. Sopran, Alt, Tenor und Bariton. Sopran, Alt, Tenor und Bariton. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn das kommt, nach diesem fulminanten und sehr komplexen ersten Satz, ist das wie so eine Erlösung. Und das ist eine Melodie, die auf russischen Volksgesängen aufgebaut ist. Und wenn wir das spielen und die richtige Stimmung erwischen im Konzert, dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist einfach, worum es in der Musik geht, das ist für uns im Signum ganz wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus 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 Liebes Publikum, das nächste Stück ist ein Werk, was uns sehr am Herzen liegt. Ich möchte gar nicht lang hier ausufern mit meinen Reden, aber vielleicht nur ein paar persönliche Impressionen zu Samuel Barber's Adagio Opus 11. Als ich dieses Stück das erste Mal hörte, ich glaube ich war 13 oder so, konnte mit klassischer Musik noch nicht viel anfangen. Ich hatte mir gerade von meinem hart erarbeiteten Feriengeld ein Turntable und ein Mischpult zugelegt und ein Keyboard und hatte sehr viele andere Interessen, aber irgendwie bin ich auf diese CD gestoßen und das hat für mich oder in meinem Leben einen entscheidenden Impuls gegeben, möchte ich mal sagen. Es war eine Aufnahme von Leonard Bernstein und vielleicht kennen einige diese Aufnahme von Lenny Bernstein auch. Das Stück geht ungefähr so neun Minuten, acht, neun Minuten, bei Bernstein geht es ich glaube zwölf oder dreizehn Minuten. Ich nehme an, als er es live aufgeführt hat, noch länger. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Aufnahme hat mich so beeindruckt und auch dieser Mensch, wie dieser Mensch mit Musik umgeht, dass das Adagio Opus 11 für mich eins der Schlüsselwerke geworden ist. Überhaupt, was man in Musik alles reinlegen kann. Ich bin der festen Überzeugung, in dieses Werk kann man so ziemlich jede, jegliche Emotionen reinlegen und wie gesagt, uns liegt dieses Stück sehr am Herzen und wir stellen es Ihnen frei, ob Sie danach applaudieren oder einfach mal die Stille genießen möchten. und wir stellen es Ihnen an. 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 an. und wir stellen es Ihnen 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 und wir stellen es Ihnen an. und wir stellen es Ihnen an. und wir stellen es Ihnen und wir stellen es Ihnen und wir stellen es Ihnen an. an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.